Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, hier bei uns vorbeizuschauen. Bevor Sie nun rüber gehen in unser neues Schmuckkästchen ins Stadion, möchten wir Ihnen noch eine Kleinigkeit mitgeben. Die größte Veränderung aus meiner Sicht ist, dass man weggeht von den riesigen Bahnhofshallen, in Anführungszeichen. Also du gehst eher Richtung kleinere WIB-Bereiche, unterschiedliche Welten, unterschiedliche Themen und damit kann man auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ja, es gibt am Ende fünf verschiedene Welten. Es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene, da gibt es drei Business-Bereiche, die etwa gleich groß sind. Das ist quasi eine Dreiteilung mit direktem Blick aufs Spielfeld und dann gibt es eben die Ebene oben drüber. Da ist es kombiniert. Im rückwärtigen Bereich sind Business Seeds und vorne sind 20 Logen. Und das gleiche gibt es dann auch nochmal in der Ebene oben drüber. Die sind immer für drei bis 500 Personen, haben ein individuelles Ambiente, haben ein individuelles Catering und auch am Ende natürlich einen individuellen Preis, sodass jeder genau das findet, was er gerne möchte. Ja, das ist eigentlich eher zufällig entstanden, mal in einer lockeren Runde, dass wir einen Caterer gesucht haben. Und dann kam der Kontakt zur Traube Tonbach zustande und wir haben circa vor zwölf Monaten angefangen, dieses Konzept gemeinsam zu entwickeln und sind stolz darauf, was entstanden ist und freuen uns natürlich auch besonders darauf, wenn es gut bei den Gästen ankommt. Wir haben ja heute mit der öffentlichen Vermarktung unserer neuen Hospitality-Bereiche begonnen. Und es ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig, dass diese Vermarktung gut läuft am Ende, weil für die weitere Zukunft das Entscheidende ist, dass wir auch in diesem Bereich wettbewerbsfähig sind und entsprechende Einnahmen generieren. Also die generelle Diskussion ist ja immer die, was muss zuerst passieren? Dann brauchst du sportlichen Erfolg, damit die Infrastruktur anschließend nachzieht oder ist es umgekehrt der Fall? Und die Vereine, die ich bisher begleiten durfte, da war es immer so, dass zunächst die Entscheidung für die Infrastruktur gefallen ist und dass dadurch auch mehr Erlösquellen generiert werden und dann kommt auch der sportliche Erfolg. Ja, wir haben ja Anfang Oktober begonnen. Die Vermarktung an den Bestandskunden, die hatten natürlich ein Vorrecht, sowohl auf Logen als auch auf Business Seeds und es freut uns natürlich ganz besonders, dass bereits mehr als die Hälfte der Logen vermarktet wurden und reserviert wurden und wir sind auch bei den Business Seeds bereits im dreistelligen Bereich und jetzt sind wir natürlich gespannt, welche neue Kunden noch dazu kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.